Das mit diesem unsichtbar aussteigen, da ist der Titan zwar hinüber, aber dann kann man immer noch was machen, also ich finde das cool. Ich mach den erstmal überall. So, und dann will ich noch ein bisschen mit dem North Star, den will ich lieber auswählen, will den noch ein bisschen nutzen. Dann kann ich hier an dem Pilot noch, achso, hier so, Zusatzmoni, das ist okay. Das ist besonders bei der Waffe ist das echt annehmbar. EV8, achso, ja, das machen wir auch hier, ja. Überall Zusatzmoni ist okay. Sogar unabdingbar, muss ich sagen. Der Revolver nur vier Schuss geht gar nicht. Ich treffe damit sowieso schon kaum was. Und dann, äh, dann hab ich nur vier Schuss, also das ist nicht gut. Will ich jetzt erstmal einen anderen aus, weil hier kann man sich gut rümmer und her schwingen, glaube ich. Äh, die Ticks behalte ich erstmal. So, und dann würde ich sagen, wir nehmen noch einen Schluck Guinness. Und dann starten wir rein. So, hier kann man nämlich, hier, guck mal, geht nämlich schon los. Oh, fuck. Okay. Ja. Ja, da hab ich doch mal, endlich hab ich mir doch mal einen Kill geholt. Aber. Ja. So. Und das waren die einzigen Kills, die ich in dieser Runde holen werde. Wenigstens das ist, komm. Ja, Stufenausstieg, den hab ich sogar gekillt. Sehr gut. Da liegt. Oh, was ist denn jetzt? Kill Streak, Junge. Vier. Four in a row. Natürlich haben meine Leute auch gut vorgearbeitet, muss man schon sagen. Und der Titan ist da. Soll ich den Titan, ich hol jetzt schon einen Titan? Ne, ah. Hm, Mist. Okay, man, ich mach das auch viel zu häufig. Ich versteife mich zu sehr auf eins. Ja, der, der kommt nirgendwo hin. Das machen manche, manche springen vielleicht zu viel rum. Ah, da war ich schlechter Aim, schlechter Aim. Da hätte ich ein bisschen weiter nach vorne zielen müssen. Wenn man sich das dann immer in der Aufnahme nochmal anguckt, denkst du auch so, was hast du da gemacht? Guck mal, wenn ich dich jetzt nicht getötet hätte, wärst du auch von den anderen gestorben. So. Also, freu dich, dass lieber der Noob dich getötet hat. Ah! Da wollte ich wegrennen. Da wollte ich noch wegrennen. Ich hab schon gemerkt, dass der... ...dass der nicht so gut auf mich zu sprechen war. Oh! Die Runde läuft. Die Runde läuft ganz gut. Aber ist auch... Ich glaub, das ist eine relativ kleine Map, oder? Da gibt's ja viele Kills generell. Guck mal, der ist gestorben. Man muss nämlich auch ein bisschen... Oh! Den hab ich in der Luft, hab ich den zerfickt. Komm, die haben einen Titan. Ich brauch jetzt auch einen. Das wär jetzt rein theoretisch schon fast mein zweiter. Der ist hier vielleicht gar nicht so gut auf der Map. Ups! Ups! Ach, das... Ich treff den nicht. kritischer schaden ist ja unglaublich ja ja mehrere feindpiloten greifen ach so die rodeo abwehrmaßnahmen die muss ich andermal machen den habe ich nicht gekriegt fast ein schuss noch drauf kommen gibt mir den schuss noch schade ärgert mich jetzt oder ist nicht gut die haben gerade drei teiltens sie laufen gerade ohne rum so der lädt gerade nach ich versuche so viel schaden zu machen wie geht schon wieder angeht schon wieder ein titen also ich muss jetzt ich muss einfach so viel schaden machen wie es geht vielleicht ich weiß nicht ob das schlau ist vielleicht läuft man auch lieber rum und versucht die kleinen zu töten weiß ich nicht so nah geortet nicht gut ohne ja ja wo soll ich denn hin wie weit soll ich denn noch abhauen vor dem ja der hat mich klar hat er mich gesehen ich konnte ja nirgendwo anders hin ja diese tics die sind irgendwie die brauche auch nicht hier zusammenläufe weiter so dann kriegen sie ihren titen ja stöp jetzt halten steht bereit fordern sie ihn an wenn sie bereit sind ja 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 da bin ich gut reingesprungen aber ich glaube wir verlieren das trotzdem boom ja fickte ich einfach nur zack Boots! Flugsystem ist online Na dann! Fick dich! Fick dich! Ich will den noch ein bisschen behalten Ja, wo sind sie denn? Also wenn man im Titan steckt, achtet man echt nicht auf die Kleinen Ich achte nicht auf die Kleinen Muss ich ganz ehrlich sagen Ah, jetzt habe ich den erst zu spät gesehen, du Der Kerak Der hat mich auch schon öfters Oh, ne, das wollte ich nicht Ja doch, das wollte ich Das war alles geplant Hier, fick dich Ich weiß nicht, ob die Ticks so gut sind Also, irgendwie brauche ich da mal was anderes Ah, haha Ja, 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 ja Nein Der hat mich echt noch gekriegt Ich bin extra ins Haus rein So Den habe ich aber noch mitgenommen So, und dir falle ich schön in den Rücken Oh Uh, 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 uh Gut Ich bin diesmal nicht der Letzte Glaube ich nicht Ich habe ganz gut gespielt Also so schlecht habe ich nicht gespielt Ähm Macht auf jeden Fall Es macht super viel Laune, Leute Holt euch dieses Spiel Burn Ach, kann ich auf den draufspringen? Geht das? Ha, 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 ha Wie cool war das denn? Vor allen Dingen, er rafft auch nicht, dass ich die ganze Zeit hinter ihm herlaufe Zum Evakuierungsschiff, Pilo Ah Toller Sprung, jetzt bringen Sie es zu Ende, Pilo Ja Geil Wie geil war das denn? Wie geil ist das denn? Hier ist noch einer Ah, da wollte ich auch noch raufspringen Das ist ja voll cool Das ist ja richtig cool Okay, liebe Freunde Da haben wir nochmal eine richtig geile Szene zum Schluss Gehabt Ja Ich bin der Zweitbeste gewesen im Team Das lag natürlich auch dran, dass wir richtig gut ins Spiel gestartet sind Gut meine lieben Freunde Das war es jetzt von dem Part von Titanfall 2 Von dem Mehrspieler Man merkt Ich werde immer ein bisschen besser Ich passe mich so langsam an an die Titans Und an die Waffen, die ich habe An die Scheiße, die ich hier bekomme Und es macht richtig Laune Also da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Spiele dann machen Ich bin der Zweitbeste gewesen und ich bin der Zweitbeste gewesen